Ich habe einen Kaffee und einen Donut für Sie, ganz frisch. Danke, wirklich. Sie können gerne vorbeikommen und sich noch einen holen, bevor Sie aufbrechen. Mach ich, danke. Morgen, Jungs. Morgen. Elsa, was ist denn mit uns? Hast du eigentlich einen Trail-Namen? Sowas wie ein Spitzname. Wir haben einen für dich. Wirklich? Die Königin des PCT. Warum der? Es gibt so viele Geschichten, dass Menschen etwas für dich getan oder dir geholfen haben. Ich meine, uns schenkt nie jemand irgendwas. Genau genommen tun sie gar nichts für uns. Aber bitte, bitte, holt euch ruhig noch einen Kaffee, Eure Majestät. Eine Majestät geht sich keinen Kaffee holen. Der Kaffee wird ihr für gewöhnlich gebracht. So sieht's aus. Alter, hör auf. Hör auf. Jetzt hab ich für die nächsten 100 Meilen wieder einen scheiß Ohrwurm. Soll ich vielleicht lieber... Hör auf. Nicht. Halt die Klappe, Mann. Halt die Klappe. Ich mein's ernst. I said, hey! Das reicht, ich hab dich gewarnt. Und schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Hey, 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 hey!